Wir Astronauten fliegen mit Raketen in den Weltraum und nicht nur Astronauten werden hochgeschickt, sondern auch Satelliten und das nun schon seit über 60 Jahren. Das bedeutet, dass sehr viele von Menschen gemachte Dinge mittlerweile im Weltall unterwegs sind. Die fliegen dort genauso wie die ISS um die Erde herum. Dieser Weltraumschrott ist für uns eine ganz, ganz große Gefahr. Wenn dieser Schrott mit der ISS kollidiert, dann kann das dazu führen, dass die ISS beschädigt wird, dass im schlimmsten Falle ein Loch entsteht, wir Luft verlieren und wir dann dieses Leck reparieren müssen. Wenn eines dieser Teile der ISS sehr nahe kommt, dann erhalten wir eine Warnung. Kommt diese Warnung rechtzeitig, dann können wir den Raketenmotor zünden. und die ISS sozusagen anheben, damit wir dann nicht auf Kollision treffen. Kommt diese Warnung sehr spät, dann müssen wir uns verstecken. Dann gehen wir in unsere Raumkapseln und wir machen alle Schleusen in der ISS zu, in der Hoffnung, dass wenn etwas beschädigt wird, nur ein ganz kleines Modul betroffen sein wird. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020